Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. 358,5 Tage. Ich bin mir nie so sicher mit der Zahl. Yeah! 358,5 Tage. Ja, weiter geht's. Fortsetzend. Tag 52 ist die Einsamkeit. Aber Roxas hat doch Sion. Oder nicht mehr? Roxas führte seine täglichen Missionen allein aus. Haben wir diese Nachricht schon mal genauso gekriegt? Mehr oder weniger. Ich meine schon, ne? Ja, die unterschiedlichen Missionstypen. Sammle so so viele Embleme. Töte so viele Herzlose. Ganz viele, ganz merkwürdig eingefärbte Herzlose. Ja. Ganz viele Tage später. Tag 71. Wiedervereinigung. Ja. Was hat er denn die ganze Zwischenzeit mit Sion gemacht? Die war doch da, oder nicht? Nee, Sion war scheinbar auch nicht da. Merkwürdig. Roxas. Ist es... Oh mein Gott, das ist Rächsel. Er lebt noch. Offensichtlich ist es aus dem Schloss des Entferns rausgekommen. Ja. Du siehst, als ob du einen Geist gesehen hast. Äh, im Grunde hat er das ja auch gerade. Ja. Hey, alle sind tot, nur du nicht. Wie muss mein Zufall? Nicht ich. Ich bin hart. Du hast mich überrascht. Überrascht? Wir haben die Herzen nicht nur dumme Witze zu machen, du weißt? Ich gehe mal ein Eisbürochen. Ja. Ich kaufe uns ein Eis. Hey, wir haben uns gerade wieder gesehen. Erstmal weggehen und Eis kaufen. Ja, es ist einfach nicht überraschend. Ich muss mit dem Bossen checken. Ich glaube, das ist jetzt schon halbwegs Ärger. Ich glaube, das ist jetzt schon halbwegs Ärger. Warum kamst du hier? Ich glaube, ich brauchte nur ein bisschen Zeit, um meine Gefühle zu lösen. Du weißt? Ich dachte, du hattest kein Herz. Hey, dein Eisbürochen ist meldet. Äh, die sich auf jeden Fall für gefühllos halten. Ja. Irgendwie so. Du weißt, ich habe angefangen, Shion hervorrufen zu haben, während du weg warst. Shion? Ich habe sie gegründet. Ja. Die drei von uns konnten Eisbürochen haben, wenn du zurückgekommen hast. Shion. Warum hast du nicht mit jemand anderem angefreundet, während ich nicht da war? Ich hasse sie nicht. Ja. Tag 72. Die Veränderung. Die Tage waren alle so geniale Titel. Ja. Die Veränderung. Dass jetzt plötzlich drei Leute auf dem Mondturm sein mussten. Was? Nicht nur ein kleines Wort von Appreciation? Die einzige Sache, die ich gehört habe, ist, dass Namine verloren ist. Sie sind eine Minute, die nächste. Ich weiß nicht, wie sie rauskommt. Ich habe auch nicht dabei geholfen. Nein, kein bisschen. Ich erinnere mich, aber im Schluss ist ein Fall. Viel Spaß. Und die Kampfer? Hast du es gefunden? Komm schon, ich hätte dir so viel gesagt haben. Was für eine Kamera? Ich muss es dir anrufen, über Marluxi in einem Schloss, das ist genau das, was von Anfang an war. Ich habe in einem anderen Spiel erfährst du, dass das Schloss schon da war, bevor die da hingekommen sind. Und die sich einfach nur gedacht haben, hey, guck mal, leeres Schloss. Jep. Meins. Ich habe sich nicht jemand anders erschaffen. Äh, warum nicht? Ja. Obwohl wir auch erfahren, wer es erschaffen hat und warum? Ja, in einem anderen Spiel erfährt man es. Ich habe Dinge zusammengezogen, nur so wie du es wolltest. Zumindest für heute. Da draußen ist Kingdom Hearts, wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall ein großer Herz-feuerbiger Mond. Da kann man davon ausgehen, dass es vielleicht Kingdom Hearts sein soll. Könnte. Wie kann man ihn schiefen, als er wirklich keine Gefühle hat? Ja. Ist er verwirrend? Ja. Ja, naja. Ich glaube. Ja, er ist dafür jetzt grimmiger geworden. Na, es ist dank zu dir, dass wir hier wieder sitzen und lachen, während wir das Eis nicht eigentlich schmelzen, wenn er das in der Hand hält, Herr Mr. Feuermann. Vielleicht kann er seine Körpertemperatur regulieren. Auch so nach unten. Hoffentlich. Wenn Wechseln jetzt da wäre, könnte er ganz viel Eis machen, weil er ist ja schon tot. Wechseln würde, das ist auch wissenschaftlich erklären. Ja, das Versprechen. Tag 73. Oh Gott, wurden wieder irgendwelche Versprechen gemacht, die dann vergessen wurden und sich dann wieder erinnert haben und die dann plötzlich wieder wichtig waren. Roxas machte sich Sorgen um Skihan aus irgendeinem Grund, die er schon seit 10 Tagen nicht mehr gesehen hat. Noch stand das Versprechen im Raum, zusammen mit Axel zu dritt Eis zu essen, so wichtig. In einem Tagesablauf, wo du jeden Tag einfach nur irgendwelche Missionen machst. Tag 74, das Trio. Oh, boah, echtliches Kamelianviech. Hi. Boom. Wie dämlich ist er eigentlich? Ja. Roxas, we have to take that thing out first. Ja, mach das, ihr beiden. Ja. Ist das genau der gleiche Gegner wie in Kinemats 1? Ne, der hatte, glaube ich, andere Attacken und eine andere Farbe. Wow. Ja. Tatsächlich Neuerungen an dem Fisch. Hey, wo warst du in den letzten 10 Tagen? Muscheln sammeln? Easy. Hörst du? Ich bin gut. Danke. Es ist nur... Warum sind die beiden jetzt so zufriedenflügtig? Alle anderen mit Kindern, der Augen der Rezunen so viel größer hat. Tja. Plötzlich hat sie wieder eine Kapuze auf. Vielleicht sind sie die niemanden von Kindern. Die anderen sind alle niemanden von älteren Menschen gewesen. Vielleicht. Dann hat sie wieder ihre Kapuze. Zwischendurch Kapuze, zwischendurch nicht. Ein bisschen verwirrend. Bisschen Konsistenz, bitte. Bisschen Konsistenz, bitte. Was ist falsch? Ich dachte, du würdest es runterziehen. Hat etwas passiert? Wir sind hier für dich, wenn du es aus deinem Kopf willst. Right, Roxas? Also wir haben die Roxas Sicht und die Axel Sicht. Ja, scheinbar. Ich kann nicht mehr die Kussbläde benutzen. Ich habe die Kussbläde. Ich kann nicht meinen Job machen. Was hat genau passiert? Ich weiß nicht. Ich habe die Kussbläde benutzt. Das ist ja auch ein Zauber. Das ist ja auch ein Zauber. So funktionieren die Fichte hier scheinbar. Meine Mission ist, zu gehen und zu holen. Wenn ich nicht die Kussbläde benutze, werde ich... werde ich nicht nutzlos sein. Ja, ich habe die Kussbläde benutzt. Ich wünschte, es gab es. Aber es ist nur so, wie sie gesagt hat. Oh, wie viele existieren jetzt eigentlich noch? Sechs? Sie kann nicht holen. Sechs? Ähm, Malusha, Laxen, Wexen, Sex und Lexen, Sex und Lexen. Ja, es sind fünf. Weniger. Also existieren noch neun. Wir können nichts tun. Ja. Es sind nur sieben nutzlos. Ja. Geht ja noch. Perfekter Plan. Genius. Wie bin ich nicht selber draufgekommen? Scheel, mach sicher, dass deine Missionen mit Roxas sind. Bis zumal du die Kussbläde wieder benutzen kannst. Damit kann er die Kussbläde benutzen. Und niemand weiß, dass du die Kussbläde nicht benutzen kannst. Das ist es. Genial. Aber das bedeutet, dass du zweit so viele Kussbläde benutzen kannst. Naja, das musst du ja am Anfang des Spiels auch schauen, wo sie einfach nur hinten hergelaufen ist. Ja. Natürlich würde ich es. Aber... Freunde müssen sich jeden Tag und dann lachen. Ist das richtig, Roxas? Ist das richtig, Roxas? Axel. Das bedeutet, dass du und ich auch Freunde sind? Das habe ich noch gar nicht betrachtet. Wenn du mit Roxas bist, dann ja. Ja, natürlich bist du mein Freund. Danke, Roxas, Axel. Echt einfach dein Eis. Hm, sieht er sie jetzt auch ohne Kapuze oder immer noch mit? Tag 75. Unzertrennlich. Hm, gehen die jetzt alle drei zusammen auf Mission. Ah, Juni. Ah. Roxas und Xion führten gemeinsam eine Mission aus, so wie es Axel vorgeschlagen hat. Roxas traf während seiner Mission Aladins Freund Genie. Dieser war gerade dabei, den vom Sandstuhl verursachten Schaden mit Hilfe seiner Magie zu reparieren. Doch Roxas wies ihn darauf hin, dass Aladin die Stadt wieder aufbauen wollte, ohne dabei auf Magie zurückzugreifen. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es so eine Story relevant für Roxas ist. Genie respektierte den Entschluss seines Freundes und entschied sich gegen den Einsatz von Magie. Roxas dachte darüber nach, dem Entschluss eines Freundes den Vorrang zu geben. Darauf lief also jetzt diese ganze Sequenz hinaus. Ja, das sind schwierige Überlegungen, über die sich Roxas halt noch nie vorher Gedanken gemacht hat. Offensichtlich. Zurück auf dem Motorm. Ja. Das sind immer die beste Freunde. Also, wie sind sie unterschiedlich? Ich weiß nicht. Ich könnte es dir nicht sagen, weil ich keine beste Freunde habe. Ja, Roxas ist jetzt aber beleidigt. Ich weiß nicht. Hm. 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 Das hat die ganze Stimmung gekillt. Da haben sie sich jetzt erstmal tagelang nicht mehr sehen können. Und der Tag 94 geht es um Herzen. Herzen. Es geht nicht mehr um Herzen. Natürlich. Es geht um Herzen. Es geht um sehr viele Herzen. Herzen stehen schon im Spieltitel. Ja. Es ist nicht Kingdom Nobody. Die Zeit hat es erreicht. Die habe ich aber schon mehrfach im Fenster gesehen. Ja. Hurra. Das Aniversionsbudget. Nee. Wir zeigen dieses Herz. Ja. Wir haben dieses Herz auch nicht animiert. Das ist doch ein 2D-Herz. Guckt es euch an. Großartig. Meine Freunde. Lass uns weiterer Kraft bekommen. Um das menschliche Herz zu verletzen und zu erzielen. Lass uns daran erinnern, warum wir hier sind und was wir hoffen, um es zu erreichen. Herz werden uns selbst gesammelt und uns selbst gemacht werden. Herz werden nie wieder mehr Kraft über uns. Das hatten sie doch bis jetzt auch nie, oder? Sie haben ja kein Herz. Wie sollen denn Herzen Macht über sie haben? Ja, eben. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Komm schon. Du weißt, was es ist. Es ist das Götzungsplatz von Herzen, nicht wahr? Nein, das ist das Götzungsplatz von Herzen. Es ist das Götzungsplatz von Herzen, die endet, nachdem sie von dir veröffentlicht werden. Ja. Wenn wir genug götzen, können wir endlich Götzungszeichen von unseren eigenen Götzungszeichen bekommen. Ich kann nicht sein Mann von Herzen. Ist das Götzungszeichen wirklich so wichtig? Bist du verrückt? Ich sehe einfach nicht, warum ein Herz zu haben ist so wichtig, du kennst. Komm schon, wirst du über das jetzt fragen? Na ja, ich verstehe nicht, weil ich kein Herz habe. Wir verstehen uns, wenn wir unser eigenes Herz haben. Deshalb kämpfen wir, um zu wissen, was es geht. Okay. Du wirst verstehen, warum du all diese komischen Sachen gemacht hast, sobald du dein Ziel erreicht hast. Wie Religion halt. 95. Niemande. Äh... Tag 95. Versteht er jetzt, was ein Niemand ist? Roxas und Shion gingen zum üblichen Ort. Sie hatten sich langsam daran gewöhnt, zusammen Missionen auszuführen. Langsam. Nach 95 Tagen. Ja, sie haben zwischendurch auch mal nicht Missionen gemeinsam ausgeführt. Ja, jeder Niemand in der Organisation ist gut an verschiedenen Dingen. Ich finde, die könnten sich auch mal auf eine andere Seite von dem Urturm setzen. Nein. Wir wollen ja den Soppen-Tagent beobachten. Das bedeutet nicht, dass wir alle genau das gleiche sind. Es ist wahrscheinlich so einfach zu angebieren. Memorien? Du erinnerst dein Vergangenheit? Ja, das ist eine der Dinge, die jeder Mitglied der Organisation erinnert. Du erinnerst, dass wir als Menschen waren. Aber ich bin nicht. Ich auch nicht. Ja, genau. Und das ist das, was euch die meisten in der Organisation macht. Was warst du, bevor du ein Niemand warst? Huh? Ich? Oh, ich weiß nicht. Ich denke, ich habe immer so durch die Gegend teleportiert, Leute mit Feuerschakrams getötet. Das Übliche. Wirklich? Es ist nur ein Geld, du weißt. Aber ich... Ich kann mich nichts mehr erinnern. Nichts von, als ich... ... und niemandem geboren wurde. Alles, was du getan hast, war, schau dir in den Raum. Oh, danke! Das stimmt aber. Ach, Zombie-Rockstars. Nein, Rains. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie zwei haben sicher viel in der Gemeinde. Hm. Was für ein Zufall? Ja. Wir sind doch relativ zeitlich in die Organisation gekommen, wie es aussieht. Wie ich wohl früher mal war. Wer nur früher mal war. Ja. Eine schwierige Frage. Schwierige Frage. Oh, hey. Oh mein Gott. Des und Namine. 96. Sions Schlüsselschwert. Äh, sie kriegt scheinbar wieder eins? Oder sie kriegt einfach seins. Das ist natürlich eine gute Lösung. Sion und wurde von Sykes darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie und Roxas in Zukunft keine gemeinsamen Missionen mehr ausführen würden. Sie war besorgt über die Tatsache, dass sie immer noch nicht ihr Schlüsselschwert einzusetzen vermochte. Roxas ließ Sion daraufhin das Seinige. Muss er dann nur mit Magie kämpfen? Haben wir nicht meine Kingdom Hearts 1 etabliert, dass wenn jemand sein Schlüsselschwert abgibt, dass es einfach zu ihm zurückkommt? Ja, irgendwie schon, ne? Roxas. Du kannst das zurückhaben. Ich will's nicht mehr. Erinnerst du irgendwas? Ich weiß nicht. Aber lass mich wieder versuchen. Du hast es geschafft. Roxas, es funktioniert. Ich kann mich nicht erwarten, dass Axel das zu erzählen. Lass uns gehen. Ja. Okay. 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 Axel ist gelangweilt. Axel! Oh! Woher kamst du? Es ist kein Problem. Es ist halt nur ein Zwei-Spieler-Spiel. Wir können nicht mit drei Leuten rumlaufen. Ja. Ich wünschte sicher, dass die Hörlösung noch zu vier spielen würde. Also bei einem lokale Mutti-Player. Ich fühlte mich direkt auf meinen Mund, um ihn herumzulassen. Ich dachte, du sagst, du warst hart. Nein. Oh, langweilig. Ja, egal. Das hat nichts zu tun. Also, wie ging dein Kaper? Roxas, Axel... ...Find Roxas. Tada! Du hast es möglich, die zwei von uns zusammen auf eine Mission gehen. Obwohl es nicht mehr für dich war, Shion könnte niemals erinnern, wie man die Kabel benutzt hat. Also, danke, Axel. Wie geht's dann? Das haben wir aber noch nie gegessen, natürlich. Find mir einen, und wir nennen ihn die Kabel. Du hast es geschafft. Wir werden gleich zurück. Ich hoffe, dass wir immer so wie das sein können. Immer. Immer. Was ist das alles? Ich habe nur... ...die Kabel verurteilt. Ja. Jetzt, die Eiskrime, die Sonne. Nun, nichts dauert immer, du weißt. Aber trotzdem, alter niemanden. Aber es ist okay, wenn Dinge ändern und wir hier nicht hier treffen können. Huh? Vielleicht würde Roxas irgendwann auch mal auf Axels größer hoch achten. Ja, zum Beispiel. Ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt. Wow, das war so nicht du. Hey! Habt's auch nicht daran Spaß. Ja. Weißt du, erst mal rumzusetzen. Ja, und das war Tag 96. Als nächstes kommt natürlich Tag 97. Keine langen Sprünge. Oh mein Gott. Aber bis dahin machen wir natürlich wieder eine kleine Pause. Also, bis dahin. See ya! Aloha! Bis dahin.